Da ist unser Hund. Der freut uns auch, wenn er mit anderen Hunden kämpfen muss. Er ist ein Vorzeigehund. Wir haben ihm nichts zu messen gegeben und wir haben uns auch schon versteckt vor ihm. Er hat uns direkt wieder gefunden. Das war lustig. Mit Wacke hinter dem Spanns ist er angekommen. Besorgt. Ich mag ihn immer mehr. Am Anfang hast du ihn nicht so gemacht. Ja, er schlägt heute nach bei uns. Der schlägt bei uns wohl schon hin. Da hinten ist er. Ja, der folgt einfach. Guck, warte mal, ich verstecke uns wieder. Ah, nee, warte mal, zu spät. Jetzt checkt es wieder, dass wir uns verstecken wollen. Ja, fein, 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 fein. Sitz, ob er das versteckt. Klassisches deutsches Sitz. Ja, unser Hund. Sein Name ist Namaste. Nein, naja, so... Könnte ich ihm mal sprechen werden, oder einfach... Ja, mit ein bisschen Futter könntest du ihm... Könntest du ihm beibringen, aber so wird es, glaube ich, nichts mit einem sehr unbekannten Wort. Natürlich kennt der Sitz und macht es dann. Der herrenlose Hund aus Nepal. Da sagt Sitz. Nee, der ist cool, ich mag ihn. Dem kaufen wir nachher noch was zum Fressen. Okay, also gut. Ja, ich will auch dafür ihm was geben. Das ist unser Nepal-Hund Namaste. Jetzt haut er ab, da gibt's Essen. Das war's. Jetzt hat er sein Fresschen bekommen. Der clevere Dog, der haut nie wieder ab. Hat sich gegen so viele Hunde verteidigt. Gegen so viele Hunde verteidigt. Fünf gleichzeitig hat er bekämpft. In die Flucht geschlagen beim Vorbeilaufen. Gejagt worden von denen, kein Problem. Und dann kommt dieses Herzchen und kauft ihm ein Spießchen. Jetzt denkt er natürlich, da gibt's mehr. Nein, 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 aber wir. Er checkt es schon. Ja, er kommt. Der Gute. Jetzt kriegen wir ihn gar nicht mehr los. Man muss dazu sagen, davor hat er Cashewnüsse bekommen. Aber er ist auch drei Kilometer gelauft, ohne was zu kriegen. Ja, deswegen hat er es verdient. Oberl!